Der letzte Tat hat sich an diese aufgeregten Vögel... Wie bitte? Diese aufgeregten Vögel hört sich der letzte Tat an. Ja, das hat die andere Art, wie ich, meine Bewohnerin hat es auch gesagt. Diese kleinen Spatzen. Ja, genau. Das hat sich auch sehr gut zu geben. Es hat viel was, überhaupt was in der Natur verbunden ist, finde ich, das ganze Stück. Ja. Okay. Wir rufen uns nochmal. Gerne. Und auch die, ähm... Hallo, ich bin die Johanna Longin. Und das ist der André Wienrad. Und wir spielen ein Duo von Cora Copland für Flitter und Klavier aus 71. Wie wird es vielleicht, wenn sie sehr gut gen scholarischו�ig hold ist. Und das hat auch, wenn sie sehr wohl creierend werden. sued der André Aref mit ihr jáldern Kick und Klavier von Ladd und Klavier mit ihr hin Creed. Und das ist ein Frage, wie es annual für diese Zeit ist die Fold und Klavier zu verlassen. Musik 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 Musik